Willkommen zurück zu One Piece Geizgumusutu Im letzten Part haben wir mit Sanji Löser besiegt und heute ist Sanji dran Wir nehmen für das ganze drumherum Strohhut Raffi Ich hätte noch mal Lust gehabt und diesmal zeig ich euch alles Denn wir kennen seine zweite Musu-Attacke noch nicht Schon wieder Sky Island? Ok Denn wir kennen sie noch nicht Oder ich habe sie euch bereits gezeigt in der Demo Wer weiß, wer weiß, wer weiß Gut, wir sind in den Z-Klamotten Das habe ich ganz vergessen zu wechseln Macht nichts, wir hauen sie auch so drauf So Lysop ist natürlich, äh Lysop sag ich jetzt schon Die sind alle da oben nämlich Und wo sollen wir hin? Was sollen wir denn machen überhaupt? Auf jeden Fall haben wir Wrightbeard als Feind So Wir haben ja ihn hier als Feind, Josu! So Eine schöne Jetpistole Wir sollen drei 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 rote und drei gelbe Gebiete einnehmen Ja, wir sind da schon in einem Gebiet, ne? Oh, das war der falsche Ich sehe hier gerade gar nichts So Jetzt mal schauen Ach, da ist er Aua Ich habe auch Gefühle Sind ja schon wieder drei Was soll's? Eine Red Rock soll's regeln So eine Jetpistole Du kriegst die nächste Jetpistole Und eine andere hat sie auch noch erwischt Gut, wir haben ein Gebiet eingenommen Oben sind zwei weitere Dann würde ich sagen, gehen wir nach oben jetzt Ey, was sollen wir uns weiter unten beklagen? Wir gehen hoch Gut ist So, vielleicht kann ich euch noch ein paar von euch mitreißen Vielleicht Wir haben uns nicht so eine Kackfacke Hä? Ich verlaufe mich So Was soll's Was mir auf dem Weg ist Kann man ja weghauen Ich will noch ein bisschen spannend machen Die gelbe Partei und die rote Partei hauen wir weg Hier in der roten In der gelben Partei haben wir ein Gebiet eingenommen Hier treffen wir auf Robin Ja, 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 ja Ja, ja, ja Hallo Ey Dein Ernst, du Bitch Na, na, na Wir haben ja nichts gegen Robin Man, ich erwische die einfach nicht, ne Das ist das Problem Naja, so geht's auch Zwar war es nicht so ganz geplant, aber Ich hab, was ich will So Oh, ich kann ja auch nochmal weghauen Ach, das ist sogar ein Gebiet Halt, 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 halt Dann gehen wir hier wieder rein Oh, komm, dein Ernst Dann haben wir hier einen mit der riesen Pistole So, das Gebiet braucht auch nicht mehr viel, so So, Jetpistole aufladen Kommen wir hier eigentlich auf Wir können ja aufladen Natürlich Und ein Treffer macht alles kaputt So Nein Ich wollte eigentlich die Gung Gung Pai Giants setzen Und nicht Red the Hawk Aber da bist du ja schon gleich Hier ist noch eine Gung 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 Glocker Und dann haben wir das Gebiet auch erledigt Ich Noch ein Gebiet Neue Gifttypen hasse ich auch So, machen wir es einfach Und da ist Lissop Der gerade versucht wegzurennen Unsere Elefanten Gatling Der es auch gerade noch so geschafft hat Arschloch Aber er kann nichts gegen das Königshaki machen Oder gegen uns Elefanten Gung So, diese Attacke, die er gegen Hody eingesetzt hat Mit der Krallenhand da Da er so richtig in die Haut gekriegt Ja, was war das? So richtig so reingedrückt Naja, Hody hat am Ende ja keine Chance gehabt Und dieses Fackeln irritiert mich Jetzt werde ich auf den Controller zu kommen Was ich zwar auch mache teilweise Aber das ist eine andere Geschichte So, ja, ja, komm Hau mich einmal und du bist tot Naja, die sind ja nicht tot, die sind ja besiegt Ach, Assange, ich habe schon wieder auf Lissop So, mein Begrüßungsgeschenk ist eine Red Hawk Und wo wir schon mal 32 Leute ausgestellt haben Das ist doch sehr schön Unser Modebewusster Sanji So, ich habe eigentlich nicht so viel Zeit für euch Ich will mein Stück Fleisch noch essen Weg mit euch So, hier haben wir natürlich eine Wie viele Ketten? Anführer sind da drei? Oder waren drei? Hier ist ja schon der nächste Möchtend So, auf jeden Fall Das ist das Gebiet, wer geklärt? Oh, Sanji ist in Modus Er traut sich ja was Kann auch gegen diese Attacke was machen Natürlich kann er nichts dagegen machen Damit können wir die ganze Arche Maxim zerstören. So, und wir haben gerade was freigeschaltet, wenn man gesehen konnte, sehen konnte, ja. Da haben wir was Schönes freigeschaltet. Ich muss euch leider enttäuschen, ich habe euch aber mal gesagt, wegen den DLCs, die noch dazu gab es die gerestigen guten Kostüme oder die Herausforderung, kann ich leider nicht machen. Ich dachte, man kann es irgendwie so umsetzen, aber geht leider nicht, es tut mir leid. Vielleicht kann ich später machen eine deutsche Version, aber jetzt erstmal nicht. Oder ich kriege es irgendwie hin, mal schauen. Auf jeden Fall hätten wir erneut eine Mission geschafft, Sanji haben wir als Partner, den hatten wir glaube ich sowieso als Partner. Und ein neues Tablet, Tablet allein. Wo vielleicht so viele Münzen reinkommen können. Ja, neue Fähigkeiten, hier kommt natürlich auch noch eine rein. Und dann hätten wir das alles natürlich auch geschafft. Gut. Ich würde sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Aber vorgucken wir uns mal, was wir freigeschaltet haben. Okay, wahrscheinlich dass wir das Sanji spielen können. Gut, bis dann und ciao.